So, heute ist der letzte Tag hier auf Gotau, Tanote. Wir ziehen jetzt weiter. Wir bleiben zwar auf Gotau, aber jetzt drei Tage hier, Tanote Bay reicht jetzt. Jetzt wollen wir noch ein bisschen weiter in den Süden ziehen und uns das dort auch mal anschauen. Es war sehr geil hier. Also wirklich so ruhig und gechillt. Manchmal haben wir uns echt gefühlt, als ob wir die Einzigen hier an dem Strand wären, weil echt gar nichts los war. Hammer. Also echt ein guter Kontrast zu Bangkok, weil Bangkok, das war zu viel. Aber so, Community. So, lieber Fabio. Ich rede mit der Community und ich muss euch ein Quiz stellen. Okay, man sieht es jetzt nicht so, weil die Sonne noch ein bisschen zu niedrig ist. Die müsste so ein bisschen steigen, damit man es besser sieht. Aber ich habe ein Quiz für euch. Und zwar, ich zeige euch jetzt ein Bild und ihr müsst sagen, an was es euch erinnert. Und jetzt schreibt es bitte unten in die Kommentare und verbuggelt den Like-Button und abonniert mich. Hat Spaß. Schreibt es in die Kommentare, was ihr von dem Stein, was ihr da erkennt. Also wenn ihr irgendwelche sexuelle Handlungen von Tieren erkennt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Weil ihr möchtet wissen, was ihr von diesem Stein erhaltet. Also, ich schalte es mal kurz um.